Für dieses Video solltest du die Koordinaten eines Vektors ablesen können und du brauchst ein Geodreieck, damit du einen Winkel einzeichnen kannst. Wir werden nämlich dann die Normalvektoren kennenlernen und auch erfahren, wie man diese ermitteln kann. Hier im Koordinatensystem rechts siehst du einen Vektor a und kurz zur Wiederholung, wie kannst du die Koordinaten des Vektors ablesen. Du beginnst beim Schaft, gehst in x-Richtung drei Einheiten und dann zwei Einheiten in y-Richtung und daher kannst du den Vektor mit den Koordinaten 3,2 beschreiben. Wir haben hier in unserem Beispiel den Vektor v mit den Koordinaten 4,2 gegeben und wir wollen diesen jetzt um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn drehen. Bevor du das Video pausierst, noch ein kleiner Hinweis, wie was hier zu machen ist. Bitte miss die Länge dieses Vektors v und zeichne diesen dann um 90 Grad verdreht gegen den Uhrzeigersinn und um 90 Grad verdreht im Uhrzeigersinn ein und ließ anschließend die Koordinaten ab. Wir vergleichen. Ich habe hier schon die beiden Vektoren eingezeichnet. Um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn liefert uns diesen Vektor vL. Also hier sollten 90 Grad dazwischen sein, genauso wie hier. Und wenn wir jetzt die Koordinaten ablesen, bekommen wir minus 2,4. Und beim Vektor im Uhrzeigersinn, also im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht, bekommen wir die Koordinaten 2, minus 4. Was man hier erkennen kann, es wurden einfach die zwei Zeilen vertauscht, weil unser ursprünglicher Vektor war ja 4,2. Es wurden die Zeilen vertauscht und dann jeweils ein Vorzeichen geändert, was du auch hier siehst. Wenn uns unser Vektor v durch v1, v2 beschrieben wird. Dann siehst du, ist jetzt vL minus v2, v1. Also das müsste in unserem Fall minus 2 und 4 sein. Das haben wir hier. Und unser Vektor vR, v2 minus v1. Das heißt, auf diese Zahlen betrachtet, 2 und minus 4. Genau das haben wir. Und weil diese Vektoren vL und vR normal, also im rechten Winkel, auf unserem Vektor v stehen, heißen sie auch Normalvektoren. Wenn du also Normalvektoren in Zukunft von einem Vektor bilden willst, dann weißt du, du musst nur die zwei Zeilen vertauschen und eins von beiden Vorzeichen verändern. Dann bekommst du die beiden Vektoren zu einem Vektor, die normal auf dem ursprünglichen Vektor stehen. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.